hallo meine freunde und willkommen zu einer weiteren folge von among us wie ihr schon seht diese folge hat ein wenig überlänge das liegt aber daran dass drei super coole runden drin waren leute schaut auch einfach mal bei den leuten auf twitch vorbei unten sind sie verlinkt und ich wünsche euch viel spaß und bewertet natürlich dieses video ja direkt oder dem buzzer drücken hin was gucken wir doch mal haben wir irgendwas wo mich jemand covern kann wieder kein medic und kein dings was sind die bewegt sich ganz komisch geweck hallo hallo ging relativ schnell ich bin halt nach rechts gelaufen vorne ins cockpit bin dann richtung oder der alarm war wird zurück zu cockpit ich bin wieder was jemand gesehen ich habe ich habe sie halt nur gesehen wie sie halt auch mit zu kam und dann bin ich halt runter richtung also schild hoch eine lache da aber das sind halt keine ahnung ich habe so eine karte gesehen ziemlich für die fans könnte sein dass da jemand rumgeswitcht ist also ich weiß nur dass das sie war bei mir und trashy war glaube ich bei mir ja sie war bei ranel war auch noch erst in atmen dann bin ich runter zu electrical da stand hinten ganz im eck oben weiß nicht ob er da schon länger stand oder ob er da durch ein vent kam keine ahnung also jetzt kann ich jetzt nichts aussagen da stand hinten ja hier hatte ich drei tats die konnte ich gleich nebeneinander machen da war erst die tür zu und dann sind wir reingegangen ich weiß nicht ob zeit ist was du noch dabei was so in electrical stammt ich habe jetzt die elektrige tür war offen trashy und da bin ich rein und du bist dann erst vorbei und mir dann daher also ja genau ich hatte dann auf die karte geschaut habt gesehen oh ich habe noch was in elektrige genau die storage tür war dann erst zu genau da hatte ich mit was mir noch ein bisschen suspekt war ist das dossier also wo wir dann das oxygen gemacht haben dass das sie dann noch zehn sekunden lang rumstand oder so und hat nichts gemacht ich habe den code fertig eingegeben du hast die code fertig eingegeben du hast wird automatisch abgebrochen wenn es fertig ist oder also ist noch auf wenn du nein allgemein wenn das das oxygen fertig ist und wird das dass dieses fenster dann automatisch weg oder hast du das noch auf mensch fertig ist darf ich mich kurz verteidigen ich habe in medical samples gestartet pascal deswegen bin ich da weggelaufen okay einfach aus prinzipie zeit chris und dozzy voten einfach drake habe ich gerade gesagt warum im zweifel muss man immer hinten voten das stimmt das ist ja sehr sehr wie er denn wo ich glaube sind wie ist es und geht koala ins elektrisch Warte mal! Alter! Die laufen mir die ganze Zeit so weird hinterher, ja. Was? Hallo. Hallo. Ich habe gerade hinten gefunden. Und wo? Ähm, bei Navigation. Oben. Mhm. Rechts. Und ich kann, ich kann auch sagen, als gerade der Alarm war in Reaktor, glaube ich, sind wir alle in die Richtung, nur Koala ist dann nach Electrical einfach abgebogen. Mhm. Das habe ich auch gesehen. Koala war gerade auch bei mir bei Electrical. Genau, da wart ihr gerade beide. Obwohl der Alarm noch war, ist er einfach abgebogen. Ja. Das habe ich auch gesehen. Also ich möchte nur sagen, Aranel und ich waren die ersten beim Reaktor und haben den ausgemacht. Und ich bin kurz nach euch gekommen, aber war dann ja schon erledigt. Trashy und ich sind halt unten lang. Wir haben halt so einen Mindestabstand gehalten und sind dann halt hochgelaufen. Ich hatte ein bisschen Angst vor dir. Ich habe Angst vor dir, ey. Aber was hier... Eine Armlänge Abstand. Ganz kurz, ganz wichtig. Dossi verhält sich sehr komisch. Auch von den Bewegungen her. Du brauchst gar nicht jetzt hier... Ja, auch vorhin schon mit der Karte und so. Du verhältst dich extrem komisch. Ich habe einfach den Krupp nochmal fertig eingegeben. Ich war vorhin... Ich war... Bevor ich hochgegangen bin, habe ich noch Shields gehabt. Äh... 95. Uff. Drake? Ja. Was hältst du von Husha? Ähm... Abstand. Ja, könnt ihr gerne haben. Ich... Ich kann mich auch gerade nicht verteidigen, außer dass Trashy bei mir war. Ich habe auch keine Longtime-Quest. Nee, nee. Kein Angriff. Nee. Was hältst du denn von Drake? Weiß ich nicht. Ich sehe den gar nicht. Ich habe den auf dieser Map jetzt gerade noch gar nicht gesehen. Bauchgefühl, Leute. Bauchgefühl. Wo lag jetzt eigentlich genau die Leiche? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr... Bei Navigation. Bei Navigation. Okay. Ja, Husha war dann... Also der war die meiste Zeit auf jeden Fall bei mir. So viel kann ich jetzt sagen. Und Oli habe ich Öl aufladen sehen. Mit mir zusammen. Cooler? Lecker Schmecker. Ich fahre mit Cypress Electric. Ja. Gleich bestätigen. Oli? Ja, ich fahre beim Öl. Hat eigentlich gerade gesagt. Ja, okay. Ja. Ja, aber die ganze Zeit. Weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie lange die Leiche jetzt schon liegt. Keine Ahnung. Ich glaube, Drake ist es. Ich weiß nicht. Ich habe Drake noch nicht ein bisschen gesehen gerade. Ja, aber glaub du nämlich auch. Glauben ist aber nicht wissen. Nee, bin ich nicht. Genau, ich glaube nur. Keine Ahnung. Achso. Gefühl. Ich glaube, dass hier ist es. Ich glaube, ich bin es nicht. Ich glaube, ich bin es nicht. Ich glaube, ich bin es nicht. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich habe richtig weird tasks, ey. Das ist richtig beschissen. Kann mich aber halt auch keiner safen mit irgendwas. Ich glaube, ich habe das voll übersehen. Ich habe es nicht eigentlich bedankt, bei dir, für die. Für ... den Sub. Nein, gell? Mata, vielen Dank für den Sub auf jeden Fall. Oder für den Resub. Sorry. Es tut mir leid, ich habe das voll übersehen. Oh, ich habe schon wieder blöden Simon Cs. Oh, Cindy, geh weg. Oh nein, jetzt habe ich schon vorbeifahren. Alter, macht keiner den. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe wieder diese blöde Öl-Dings. Ich habe wieder eine blöde Öl-Quest. Darf ich ganz kurz? Also, ich habe Drake im Electrical gefunden. Unten aber auch nur, weil unten die Tür zu war und ich zurückgelaufen bin und hinter mir die Tür in Electrical aufgegangen ist. Und ich weiß es nicht, der muss durch den Wind abgehauen und ich habe unten bei den Ölkannen habe ich Trashy gesehen und Koala, müsste es gewesen sein. Ich bin gerade von der Brücke ausgekommen, ich bin gerade von der Brücke ausgekommen. Ich hatte Müll rausgeworfen und dann habe ich Trashy und dich gesehen und jetzt bin ich bei Trashy gerade. Das Handy ist übrigens auch tot. Ich wollte gerade von Storage, ich habe da das Benzin nachgefüllt, den Aufkanister aufgefüllt, da bin ich eben gerade zu dir. Dann bin ich nochmal hoch zu Admin und dann habe ich in der Ecke oben gesehen, dass jemand in Admin gerade gewendet ist. Ich habe es nicht gesehen, es war nicht in meinem Sichtbereich, ich stand nur in Storage drin, ich habe nur gesehen, dass der Wind auf und zu ging. Ich weiß nicht, ob man das aus der Entfernung schon sieht, aber... Also die einzige Person, weil es noch unten mit uns war, ich glaube, das war Aranel. Die ist an mir vorbeigelaufen, als ich noch die Kabel gemacht habe, bevor ich in Storage rein bin. Was ist der Raum rechts neben Storage? Communication. Ja, Communication. Da ist, äh, braun ist an mir vorbeigelaufen. Aranel hätte mich die ganze Zeit wegmachen können, glaube ich nicht. Das ist aber die, du warst da vorher auch... Ich habe Arani zum Beispiel auch links gesehen. Ja, ich war auch die ganze Zeit links beim Reaktor, da bin ich runter. Ja, genau, ich habe die Kammer aus ein bisschen studiert, habe aber halt absolut nicht sehen können. Außer halt damit fächtig, die lang gelaufen ist, aber das war's. Ist der Co. einer nochmal gemacht? Ähm, ich habe die Elektrik gemacht und in der Communication, was ist das unten? Und dann habe ich Müll im Storage gemacht und dann habe ich bei dir und Husche. Ich habe Aranel gewotet. What the fuck? Ach, scheiße. Jetzt bleibe ich bei dir, damit ich nicht allein bin. Jetzt muss man halt warten, weil sonst sind wir raus. Ich, 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 ich habe einen Diskredit bekommen. Andi, Andi, vote Andi. Ich habe Aranel gewotet und ich bin's nicht. Nee, auf keinen Fall. Ja, Pascal, komisch auf einmal, ne? Nee, auf keinen Fall. Warum denn auf einmal? Meintest du nicht gerade, dass sie, weil alle sagen, sie haben sie da unten vorbeilaufen sehen und nur auf einmal, nee, nee, ist sie nicht. Ach, scheiße. Nee, ich sage die ganze Zeit, die macht nichts. Ach, scheiße, haben wir eine Runde verloren. Geht's jetzt. So, votet Andi, votet Andi. Ja, natürlich. Die beiden hier. Da sind sie. Wir müssen jemanden umbringen, sonst... Hatte Aranel nicht gerade, weil sich gefragt hat, wer alles in Admin war, hat Aranel nicht gemeint, dass sie gerade in Admin war? Ja, aber sieht man das überhaupt, wenn die Vents auf uns zugehen, wenn man ins Neue steht? Ich weiß es nicht. Ich hab's nur oben rechts gesehen. Ich weiß nicht, ob... Ich kenn mich da selbst nicht aus, ob man das aus der Entfernung sieht. Ich wollte nur sagen, ich hab gerade meine letzte Task gemacht und hab mein Öl unten links reingefüllt, falls du mich immer noch verdächtigst, Pascal. Ja, tue ich. Ich bin's aber nicht. Ich kann nur das sagen, was ich gesehen hab. Nee. Weil es ist nicht ein bisschen mag war, oder? Ich hab eher gefühlt, dass ihr beide mich killt, du und Aranel, weil ihr auf einmal so links mit mir gelaufen seid. Dann hätt ich mich umdrehen können, du warst hinter uns. Ihr hättet aber beide mich töten können. Ich hätt mich einfach umdrehen können, dann wär die Runde vorbei gewesen. Nee, auf keinen Fall. Ja, hätt ich ja auch machen können. Bloß noch einmal zur... Ich bin's nicht, Pascal. Das ist ein Verständnis. Sieht man es, wenn jemand wendet? Weil du hast ja... Ja, sieht man. Die Türen waren ja zu. Hm. Du redest echt ganz schön drum herum. Also ich stell dir mal Aran, er löst es. Es sind Andi und Trashy, Koala. Das sind Andi und Trashy. Also ich bin safe nicht, das kann ich euch garantieren. Ich hätte vorhin schon so oft Leute töten können, Pascal. Koala, pass auf. Andi ist mir hinterhergelaufen. Wäre ich böse, hätte ich mich umgedreht und wir hätten die Runde gewonnen. Weil er hatte keine Möglichkeit abzuhauen. Er ist mir aber die ganze Zeit hinterhergelaufen. Weil er mich nicht bekommen hat, haben wir die Runde noch nicht gewonnen. Ach so, genau. Ich bin grad zu Matt Bay. Aber wir haben einen Double-Kill gemacht, hätten wir gewinnen können. Ich bin's aber nicht. Ich bin grad zu Matt Bay, um mich scannen zu gehen. Aber es wird keiner mitkommen wegen Scannen. Komisch. Ich bin's definitiv. Ja, aber ich bin's nicht. Kann ich euch garantieren, dass ich es nicht bin. Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, dass jemand mitkommt zum Scannen, aber ist keiner mitgekommen hier. Ich bin gerade zu Matt Bay gegangen, um mich zu scannen. Also ich bin's. Könnt ihr gerne überprüfen. Aber du wirst mich die ganze Zeit töten können. Du kannst es nicht sein. Wenn, hast du echt mega gut geplayt. Und Koala, wie gesagt. Ach Koala, Alter. Ach du. Ach Mann, ey. Aber auf jeden Fall, ich glaub, Trash ist es trotzdem. Nee. Doch. 100 Pro, ey. 100 Pro, da ist irgendwas im Busch. Oh, fuck it, ey. Ach so, ne. Ich hab's dir gerne. Oh mein Gott. Hab ich Angst gehabt. Oh, danke. Ich hab so Angst gehabt, weil Trashy und Arane die ganze Zeit hätte mir erloben. Nee, ihr hättet... Ich wollte mich gerade scannen und ihr kommt nicht mit. Ja, aber dann ist es definitiv Trashy. Ich wollte mich gerade scannen gehen und ihr kommt nicht mit, ey. Er kommt doch mit, wenn ich mich scannen gehen will. Er hat mich nicht gekillt, er hätte die Chance gehabt. Sorry, dass ich dich gebatet hab. Also ich bin's wirklich nicht. Ich schätze, sonst hätte ich nicht drauf gedrückt oder hätte jemanden getötet oder so. Ich bin's wirklich nicht. Ich wollte die ganze Zeit zum Scannen gehen und ihr kommt nicht mit. Oh Leute, ihr macht mich fertig. Alter, ich... Ey, ohne Scheiß, ich... Okay, Pascal, ich schwörte jetzt Trashy. Ich wollte die ganze Zeit zum Scannen gehen und ihr kommt nicht mit. Trashy würde ich auch die ganze Zeit sagen. Ich lass mich doch erst mal scannen gehen. Ich lass dich überhaupt nicht scannen gehen. Weiter nach bin ich tot. Ich warte die ganze Zeit. Und dann kippt Andi gerade an Trashy rein und Koala ist es. Und deswegen hat er gerade diesen... Nein, ich bin's nicht. Oh, das kann auch sein, dass es Koala auch ist. Pascal, okay, vertraust du mir? Ich hab halt vier Runden keine Tasks, wo jemand sehen kann, dass ich es nicht bin. Ich hab mir extra den Scan aufgehoben, damit ihr mitkommen könnt. Nein, ich geh nicht mit dir mit, weil das der letzte Vote ist, den ich machen konnte. Aranel, dir vertraue ich. Was sagst du? Ich würde erst mal Trashy nehmen. Okay, Trashy, safe. Weg, weg damit, weg damit. Die Hörer, der so einen Fehler macht. Das ist kein Fehler, das ist die Wahrheit. Aranel und Trashy. Weg mit dir. Frechheit, ey. Egal, wer es ist, das ist so gut gespielt, ey. Ja gut, aber Koala sagt die ganze Zeit nichts, der kann es auch gewesen sein. Aranel, ich rede die ganze Zeit mit euch. Boah, Andi, ich glaub, du bist es, Alter. Nein, Pascal, ich bin es nicht. Pascal, vote Trashy. Ich glaube, du willst uns auch scheiße. Vote jetzt Trashy, ich bin es nicht. Junge, ich bin es wirklich nicht. Und Leute. Alter, Trashy. Und Trashy vote Koala. Ich glaub, ich hatte dich vorhin schon verdächtigt, ne? In der Runde. Das macht keinen Sinn. Es sind Andi und Koala. Ich bin mal weg. Nein. Ja, Pascal ist es. Scheiße. Ich weiß, dass es Pascal ist. Das ist ja das Problem, aber ich hab keine Argumente. Es ist Koala. Oh, Koala. Oh nein, es ist Pascal und Aranel. Ich krieg die Krise. Es ist, es ist, ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es ist Pascal und Aranel. Ich komm zum Strahl. Es sind beide. Macht doch eure Task fertig. Hä? So, jetzt. Das geht doch nur noch. Ich weiß, wer es ist. Nein. Ich weiß, wer es ist. Es ist Aranel und Citrus. Was? Was? Dann hätten wir schon verloren, du Vollidiot. Okay, tut mir leid. Äh. Mann, jetzt kannst du. Aber warum hätte Koala da unten vollkommen in Ruhe das Ding machen sollen? Weißt du, warum ich, warum ich jetzt euch verdächtig gehabt? Nein, ich bin's wirklich nicht. Ohne Schein. Ich bin, ich vertraue mir. Ich bin's. Ich glaube, du hast Trashy geopfert, Alter. Ja klar, warum soll ich Trashy opfern? Da hätte ich ja noch zwei töten müssen. Ich glaube, du hast Trashy geopfert. Nein, dann hätte ich ja einen Koala reingehittet. Warum? Hä? Na, weil er vorhin auch alles gegen Koala geschossen hat. Weil du hast Aranel verteidigst du die ganze Zeit. Warum auch immer. Hast du sie irgendwo gesehen, dass sie nichts gemacht hat? Die waren so die gefühlte halbe Runde immer zusammen. Aber es wird ja immer nur einer getötet. Das kann ja auch der zweite gewesen sein die ganze Zeit, damit du safe bist. Ich bin es nicht, Pascal. Ich bin es so häufig töten. Pascal, ich bin's nicht. Dann frage ich dich aber, wann hat denn dieses Doppel... Wenn es ich wäre und ich würde Sidress bloß als Alibi verwenden. Kannst du schneller reden, damit wir gleich voten können, bitte. Ja, wer war denn dann der zweite? Was wäre der zweite? Wer war denn dann der zweite, wenn es ich wäre? Ja, ihr habt alle drei gegen Aranel geschossen. Ihr könnt es alle drei, also auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also ich... Pascal, okay, ich sag so, vertrau mir. Ich bin's wirklich nicht. Okay, pass auf. Du kriegst von mir, wenn wir das nächste Mal sehen, 5 Euro. Wenn ich's jetzt bin. Wenn ich's jetzt bin, kriegst du ein Fünfer von mir. Alter, es ist doch... Andi will doch nur gewinnen. Andi ist es. Nein, Koala ist es safe. Nein, Koala ist es. Nein, Koala... Es gibt keinen Grund, warum ein Koala das machen sollte. Doch, es gibt keinen Grund. Er hätte gewonnen. Wir wären nicht früh genug da gewesen. Doch, Koala ist es. Ich glaube, Andi ist es. Nee, ich witzig. Pascal, wenn du mich rausmottest, verlierst du. Es ist kein Scheiß. Ich bin's wirklich nicht. Andi, husche. Husche, husche. Nein. Nein, ich bin's nicht. Oh, ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Es ist Koala, Mann. Oh, mein Gott. Ich bin's auf jeden Fall nicht. Warum sollte ich euch retten? Ich hatte ihn. Nein. Ich hab's gesagt. Er glaubt. Es ist Pascal, oder? Es ist safe Pascal, oder? Es ist safe Pascal. Es ist safe Pascal. Ja, es ist safe Pascal. Doch Arandel, ja? Jetzt leckt mich am Arsch, ey. Was ist das hier für ein Game? Jetzt muss es kommen. Oh, das ist doch. Es ist Arandel. Ich sag Arandel. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Von Anfang an. Mich verreinert es überhaupt, warum wir immer noch nicht die Geiste, ihre Scheiß-Fahrt abgeschlossen haben, ey. Okay, das Game lassen wir laufen. Okay, das Game lassen wir laufen, Olli, wenn du's warst. Hä? Aber dann müsste das Game ja vorbei sein. Das ist so gut gespielt. Aber das tut so weh. Das ist so gut gespielt. Das gibt's nicht. Und du sagst es einfach nicht. Du bist so ein Arsch, ey. Du bist so ein Arsch. Ach, scheiße. Ach, Mann. Also, ich vertrau dir, Sir. Das ist aber, dass die Runde weiterläuft und wir uns gegenseitig zelt zerfenzen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hätt ihn so oft killen können. Du bist aber die Einzige, die damals entlang gelaufen ist und dann Richtung Batman ist. Hä, warte mal, Olli, du warst es? Und Aranel, oder wie? Ganz am Anfang, beim Ersten. Warte mal. Du warst es, hast ein Disconnect bekommen und Aranel? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst, als wir Trash hier rausgewählt haben. Sag jetzt nicht, dass das genau so ist. Ey, dann krieg ich einen Anfall. Ja, sie macht halt einfach nichts, dass sie sich gegenseitig rausmacht. Das Problem ist, wir kriegen die Dings nicht fertig. Ich sag's dir. Ich setz mich, der Autofahrt zu dir. Nein, ich bin nicht. Ich bin vollkommen überfragt, Leute. Ich sag's Jesus. Ich werd's jetzt gleich für euch sehen. Das könnt ihr doch nicht machen, ey. Doch. Oh, Scheiße. Ach, komm, wirklich. Oh, Scheiße. Komm, hau sie in die Pfanne. Ich hab meine Task schon seit Ewigkeiten abgeschlossen. Ich hab meine ja auch durch. Was ist das für eine beschissene Runde? Das gibt's ja wohl nicht, ey. Wieso sollte ich euch gerade eben das Oxygen machen, wenn ich euch dann leicht hätte killen können? Wäre ja selten dämlich. Komm, das jetzt als Dings zu benutzen. Einfach, um gut zu spielen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich war schon nie ein guter Schauspieler. Ey, glaubst du ich? Komm, Pascal. Du hast gewusst, wie ich das erste Mal... Nein. Scheiße, das war ein Fehler. Das war verflickt noch ein Fehler. Dann war das so stark gespielt. Dann hast du mich vollkommen fertig gemacht. Da kann man mal klatschen. Da kann man mal klatschen. Alter, bester Schauspieler. Und mit sich der zweite bei Olli. Die haben einfach uns alle gegenseitig rausgewotet, ey. Ich hab's dir gesagt. Trashy war kein Imposter, Fightress. Oh mein Gott, was ist das denn? Olli hat gesagt, sie war ein Admin. Und ich dachte mir, irgendwer ist da gewendet. Und die hat mir nicht geglaubt. Junge, Junge, Junge. Ich hab's dir wohl noch bestätigt. Alter, Arranell. Ja, das Schlimme ist ja eigentlich, dass Olli der zweite Imposter war. Ihr dachte die ganze Zeit, dass wir auf die zweite Art wegkommen sind. Oh mein Gott, war das eine Runde, ey. Was ist das? Ich vertraue keinem mehr von euch. Fuck die letzte Runde für mich. Hab' ich auch, Lieb. Ich dachte, wir haben danach einen Platz frei, wenn ihr wollt. Oh, neue Map. Ah, wieso krieg ich immer Simon Says, ey. So, haben wir irgendetwas. Irgendwas, was, wo die Leute mich sehen können, dass ich nicht bin. Müll. Gibt's hier Müll? Jetzt kann ein Trashy-Koala. Ich bin ein Trashy-Koala. So, das ist doch eine der besten Runden heute, also die eine hier mit Pascal. Hallo! Ah, zwei Leute tot. Und Aranel ist eine davon. Also eine, die getötet hat. Also Trashy kam, warte mal, wann ist denn Trashy gestorben? Ich habe gerade gesagt, zwei Leute sind tot. Hä, ich bin gerade von Trashy weggelaufen. Es war keiner mehr da oben. Sag mal, wo ihr seid bitte. Ich war oben am Oxygen und habe da die Kabel gemacht. Ich wollte gerade über die Schleuse Richtung Reaktor. Warte, 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 warte. Also ich habe gerade drum gegossen, bei mir war keiner oben. Doch, ich war auch oben, Olli. Nein, nein, ich war aber oben nicht drin. Ich stand vorne an den Kabeln. Ich bin in der Cafeteria gewesen. Ach so, okay, ganz kurz. Ich bin hoch, habe da das Oxygen, das eine mitgemacht mit der Dings. Da bin ich runtergelaufen, habe da diesen Code eingegeben von der Karte, bin dann ganz runter in die Cafeteria. Da steht Drake gerade am Kaffeeautomaten und ich stehe daneben und habe gerade was gemacht. Und jetzt bin ich unten rechts, wo ich diese Wolkendinger mache. Hütten, wo bist du? Ich war gerade Landingpad. Ich bin also über Hallway, da habe ich Kabel gemacht, bin ich jetzt zu Landingpad gegangen, um da diese Diagnose zu starten. Die habe ich gerade angemacht. Du hast jetzt erst gestartet. Also Aranel ist gerade von der Leiche weggelaufen. Das kann ich sagen. Was? Warte mal ganz kurz, Hinden. Du bist, darf ich ganz kurz Pascal? Das ist ganz kurz wichtig. Hinden, du bist jetzt erst zum Pad gegangen und hast es da gestartet. Anstatt des vorhin, wo wir gestartet haben, das zu machen. Ja. Aranel ist es, also es muss jemand anderes noch da oben sein, das weiß ich. Weil sonst kann Trashy nicht tot sein. Die war gerade neben mir, ich habe keine Ahnung wie gestorben ist. Ähm. Ich weiß nur, dass du von oben durch die Schleuse nach unten gelaufen bist. Ich bin entsprechend oben rechts hingelaufen und dann lag der Koala. Ganz ehrlich. Tolle Geschichte, aber nein. Doch. What the fuck? Hast dich nicht verteidigt. Ja. Ich trau niemals Pascal. Mhm. Jaja. Das Spiel kostet 4 Euro. Und hi Lukas. Und hi Gold. Wie geht's dir? Ja, das mit Pascal ist so eine Sache. Boah. Reaktor Meltdown ist echt mies, wenn alle drüben sind. Ich glaube auch, bei Pascal ist halt so... Er steht schon da. Glaub ich. Ja, so ist es. Ich glaube Pascal ist es auch diesmal. Ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt wieder hidden ist, dann kriege ich einen Anfall. Ich glaube, der ist es. Ja, wir spielen es jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Ich glaube, ich werde wieder drüben. Ich nehme die Musik. Aber wir machen jetzt wieder rein. Ibiza? Wir haben keine Musik. Wir haben die Musik. ... Wir müssen uns... Wir müssen uns zusammen die Beobachtung machen. Wir müssen unsVert illustrate. Ja, hier. Also, ganz kurz. Ich habe eine Vermutung, eine wichtige Vermutung, weil sehr, sehr komische Sachen passiert sind. Ich war hier unten bei diesem Gießkan-Ding und habe hier unten da so zwei Tasks gemacht und wollte da gerade die letzte gemacht haben, bevor ich wieder von einem Reaktor-Meltdown gestört wurde. Komischerweise steht Hilton die ganze Zeit neben mir zu diesem Zeitpunkt. Jetzt sehe ich ihn aber gerade nicht mehr. Ja, weil ich im Gegensatz zu dir zu O2 hochgegangen bin, weil da eine Störung war. Warte, lass mich kurz weiter zu Ende erzählen. Ich habe da links die Kabel gemacht und du stehst die ganze Zeit neben mir und auf einmal, habe ich mich bewegt und du, der Reaktor-Meltdown, also das ist so, du bist gelaufen, du bist stehen geblieben, Reaktor-Meltdown und dann bist du weitergelaufen. So, sehr, sehr komisch finde ich das. Du meinst da oben in Hallway an der Ecke, wo man gerne mal hängen bleibt. Nein, Andi, das wäre vielleicht zu offensichtlich. Du kannst deine komischen Sachen-Tagetting-Affäre das Laufens machen. Ich weiß, kannst du, aber das war aber sehr, sehr suspekt zu dem Zeitpunkt. Und Andi, mal ganz ehrlich, also so oft wie ich neben dir stand, hätte ich dich auch richtig wegmachen können. Eben nicht, weil immer wieder kurzzeitig jemand reingekommen ist. Hedin, warum hast du gerade nicht für Aranel geboten? Weil die Zeit abgelaufen ist. Ach so. Meinst du die 45 Sekunden? Ja. Das tut mir leid. Diesmal traue ich dir kein Stück hin. Vor allem, das hat mich schon suspekt gemacht, weil du bist auch einer, der ein bisschen voraussichtlich ist und dass du dann ganz springst. Andi und Pascal auf einen Zug. Aranel ist doch schon tot. Aber ich finde das relativ schön. Es hat nichts damit zu tun. Ja, weil sie gerne dann auch mal einen Stream gucken. Oli, Oli. Ich habe keine Ahnung. Das mit dem Stream habe ich bei Wolfs Terror letztens schon gehabt. Das zieht nicht. Also Oli, ich habe keine Ahnung, ob Hedin für sie oder nicht für sie gewartet hat. Ich habe ihn einfach mal gefragt. Und er hat nicht geantwortet. Ja gut, wenn ihr nicht sicher seid. Ich habe überhört, weil die Zeit abgelaufen war. Weil ihr noch alle am Diskutieren wart. Na ja gut, aber man kann ja trotzdem voten. Ich wusste es. Ich wusste es. Gut aufgepasst. Ich wusste es. Oh, schon wieder Crewmate. Ich kriege die Krise. Ich will wieder Imposter sein. Ich poste nicht mehr. So. So. Okay. Oh, oh, oh. In. Ah, Pascal. Drake. Hm. Rausi. Koala. Trashy. Das habe ich aber gar nicht gesehen. Okay, Trashy, Drake. Okay. Will der mich verarschen? Will der mich verarschen? Wo ist denn das Oxygen? Will der mich eigentlich verarschen, Koala? Ich lach auch die ganze Zeit, Koala, Alter. Ich wusste die ganze Zeit. Ist es schon wieder hinten? Was ist denn passiert? Nee, nee, nee. Andi hat sich gerade gescannt. Dann geht Koala auf das Lunchpad. Und läuft die ganze Zeit von nichts rechts. Links rechts, links rechts, links rechts. Links rechts. Dann scannt man sich. Und dann geht der Alarm los, Alter. Wie scannt man sich? Bei mir funktioniert das nicht. Das funktioniert nicht, wenn man im Poster ist. Ich drück E. Ja, wenn man im Poster ist, funktioniert das nicht. Du musst erstens die Tasks musst du haben. Ich bin kein Imposter. Ja, ja. Mit Leertaste geht's auch. Du musst die Tasks dafür haben. Ja, dann musst du die Aufgabe haben. Ich muss die ganze Zeit lachen, ey. Und ich habe schon mal gefragt, wie es geht. Ich dachte mir nur gerade so irgendein anderer Muster jetzt auf den Button drücken, ey. Ja, warte doch mal, warte doch mal. Wenn er nicht weiß, dass es eine Task ist. Ich traue den Menschen kein Stück mehr. Er hat zu mir gesagt, er hat das zum dritten Mal gespielt. Der weiß, wie das geht. Ja, voll. Ja, ja, ja. Andi, 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 Andi. Ich weiß nicht, wie es geht. Äh, vier Mal. Nee, du hast es bestimmt schon mehr als vier Mal gespielt. Ja, fünf Mal jetzt, genau. Du hast es vorher nicht gecheckt. Du redest dich aber auch raus. Ich weiß auf der einen Karte nicht, wie die Räumer heißen. Ja, weiß ich wirklich nicht. Ich weiß schon seit Wochen lang Spiele. Täglich. Ja, aber ich weiß aber, was meine Tasks sind. Das Grund des Spieles. Scheiße. Koala, es tut mir leid. Allein du viele Lacher kriegst von mir den Boot, ey. Ich habe es gewonnen. Ihr wohnt ihn halt echt durchraus. Ihr werdet es bereuen. Und Hidden? The fuck? Ja. Du warst nicht dabei, Olli. Aber ich glaube trotzdem, Olli ist es auch, ey. Olli und Hidden sind komischerweise ganz schön aggressiv auf einmal auf mich losgegangen, ey. Das Schlimme ist, ich glaube Koala ist es wirklich nicht gewesen. Hallo. Ein Wunderschönen. Könnt ihr aufhören zu lachen? Ich wusste immer noch. Ich wusste immer noch. Ähm. Hidden lag in der Cafeteria. Ich weiß gerade nicht, welche Tag da ist. Es könnten Wires sein. Äh. Du meinst unten links beim, achso, rechts sind auch Wires oder der Süßigkeitenautomat. Nein, 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 das ist erst von Laubrauspusting. Also Trash und ich waren da unten beim Asteroidenzerstören. Wiedi ist halt, als es dunkel wurde, reingekommen, nach rechts gelaufen, das Licht war hell und sie stand von der Leiche. Ja. Äh. Und Dossi ist mir entgegengekommen und ich war die ganze Zeit vorher oben mit Aranel. Ähm. So. Ey Andi. Dossi oder Wiedi. Ich glaube Koala war nicht böse. Ich glaub's auch nicht. Ich glaube, weil Aranel das Licht ausging schon die ganze Zeit an dem Licht. Hab ich doch gesagt. Oh, achso, jetzt bin ich wieder. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Aber ich hab's doch gesagt, das ist geil. Hat nichts an dem Licht und hat nichts an den Schalter gemacht. Ja. Ich hab das Licht wieder angemacht, obwohl sie vor mir an den Schalter war. Okay. Aber Aranel hätte mich genauso gut vorher kennen können. Was? Welches Licht? Da, wo du vorstandes, als das Licht ausging und es wieder anging. Äh, lass aber nochmal ganz kurz, irgendwie wurde grad Dossi beschuldigt. Dossi wurde grad beschuldigt, man soll sich mal jetzt rechtfertigen. Ja, ich hab's auch gesehen, aber Flur meinst du da? Ja, Dossi ist mir mit dem Flur entgegengekommen. Ja, ich bin nach oben gegangen. Zu Greenhouse. Aranel ist die Einzige, die nicht gesehen hat, dass das Licht ausgegangen ist. Das muss ja ein Poster gewesen sein. Ja, okay. Aranel, okay. Der hat grade gesagt, welches Licht. Ja. Ja. Es tut mir leid, Koala, aber das war so unfassbar lustig. Das war so lustig. Oh, Frau Koala. Und? Ah, scheiße. Oh mein Gott, ey. Das Problem ist, Pascal macht solche Plays und wir ziehen dann immer mit, ey. Das ist immer kacke. Wir brauchen halt ne Person, die auch gegen Pascal schießt. So. Und eigentlich bin ich das immer, aber heute irgendwie hab ich gar keine Argumente dafür. Das kann jetzt ja wohl nie wahr sein. Weirdly ist es. Weirdly ist es. Also. Stopp, stopp, stopp. Nein, nicht stopp. Trashy. Hallo, lass mich doch mal ausreden. Ich hab jemanden weglaufen sehen. Okay. Ich muss auch noch was sagen von grad vorhin, was ich jetzt grad nicht erwähnt habe. Und zwar jetzt grad vorhin in der Cafeteria. Wir sind ja wieder alle zurück in den Raum. Ich bin runter Cafeteria, hab erst das mit den Wolken gemacht, bin drüber zu den Asteroiden. Shamlon kam von oben plötzlich an, nachdem ja in der Cafeteria jemand gestorben ist. Hat sie auch zu den Asteroiden gestellt. Hat aber sich erst später hingestellt und ist aber mit mir gleichzeitig wieder weg. Wo ich mir denke, kann das sein, dass bei manchen die Asteroiden schneller gehen? Ja. Du kannst Asteroiden halt Glück haben, dass sie relativ schnell spawnen. Okay. Aber nicht so viel Glück. Das ist bei mir halt grad schon so. Also sie können halt nicht alle gleichzeitig spawnen. Und jetzt bin ich gerade hinter Shamlon her. Der ist nämlich auch grad hoch zu Office-Admin so in die Richtung. Dann bin ich rein zu Office mit Huschi zusammen. Ich glaube wir waren gerade zusammen dort und dann plötzlich war die Leiche unter uns, nachdem Shamlon Richtung Admin erst abgebogen ist. Ja, als ich nach oben gekommen bin, lag die dritte Zeit, was nämlich noch am Leben. Was feuert ihr denn jetzt gegen mich, what the fuck? Also Oli ist weggelaufen. Irgendwer ist weggelaufen und ich hab was blaues. Das Problem ist aber, dass... Shamlon ist auch mir gerade entgegengekommen. Äh... Also ich nachher... Ich war auf dem Weg zu Light. Okay, passt auf. Das Problem ist, dass Trashy und ich standen da. Reedy kam dann hoch, auf einmal geht's Licht an und Licht eine Leiche. Das Problem, was ich gerade habe, theoretisch gesehen müsste Reedy über die Leiche drüber gelaufen sein. Ja und Trashy, ich hab den Slaub rausgehauen, hab die Kabel gemacht, bin runter zu dir Asteroiden. Also es waren das entweder Dossi oder Reedy. Und dadurch, dass sie bloß... Okay, eben. Wie gesagt, das war erstmal so mein Gedanke vorhin mit den Asteroiden. Keine Ahnung. Ich hab doch noch Eben Dossi selber noch beschuldigt. Als ich... Hä? Ja, das ist auch recht verpackt. Aber ich glaube, das ist Reedy. Weil das... Das muss... Das war innerhalb von einer Sekunde. Das war sehr... Das war sehr flink. Die muss... Sie muss ja über die Leiche drüber gelaufen sein. Ich bin reingekommen, dann war das weg mit O2 oder was das war und dann... Ich wünsche euch noch viel Spaß. Oh. Komm schon, komm schon. Track müsste ich machen. Oh nein, das ist doch Olli. Oh mein Gott, ich kotze. Ich kotze. Ey, ich kotze gerade richtig im Strahl, ey. Meiner Witz ist, dass wir einfach mal Koala rausgevotet haben. Okay, Olli. So, die Zeit soll doch gereicht haben, dass keiner getötet worden ist. Ähm... Wir können davon ausgehen, dass Trashy und ich safe sind. Du hast Trashy gedeckt... Warum? Warte, warte, warte. Warum? Äh... Warum seid ihr safe? Also ich bin safe, weil mich alle beim Scannen gesehen haben. Wir beide haben die Asteroiden gemacht, während da oben plötzlich ne Leiche lag. So. Danach... Ich weiß, wie lange die da sind. Danach hast du, Andi, ja, mit Trashy, da oben in Admin irgendwas gemacht. Während wieder unten irgendwo ne Leiche lag. Aber vergiss nicht, dass ich safe bin, weil ich beim Scannen... Was macht Drake die ganze Zeit? Ja, das stimmt. Was macht Drake die ganze Zeit? Ich war direkt hinter euch. Drake war gerade bei mir jetzt. Ich war bei Trashy jetzt und hab, äh... Denk unten wieder. Ja, nicht jetzt, davor. Aber das hat jetzt auch nichts zu heißen. Genau. Davor hab ich Wires gemacht in Cafeteria. Dann war ich Card Reading. Dann hab ich Pflanzen gewässert. Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Kann das irgendwie jemand beweisen? Aber wenn du Pflanzen... Als letztes vorhin Pflanzen gewässert hast, musst du ja an der Leiche vorbeigelaufen sein. Nee, als letztes vorhin bin ich raufgelaufen, um dann Licht wieder anzumachen. Das war dann aber schon an, als ich im Y ankam. Aber wenn wir es mal festhalten, als vorhin, ähm... Wir die gestorben... Nee, warte. Wer ist vorhin gestorben? Als wir bei O2 waren, Hoshi und ich... Da waren ja jetzt nur... Da sind mir ja nur Chamlong begegnet und... Wir die genauso waren. So, das Problem ist... Das Problem ist, alle haben vorhin irgendwie gegen Oli geschossen. Ja, was halt Bullshit ist. Ich hab nicht gegen Oli geschossen. Ich hab auch nicht gegen Oli... Ich hab jetzt nur gesehen... Ja, aber Reedy und die ist jetzt tot, weil wir sie rausgevotet haben und es war falsch. Das heißt... Ja, aber Reedy und Dossi... Sind wir uns sicher, dass Reedy falsch war? Zwei... Das ist überhaupt das Problem. Das ist ja... Das ist die Frage. Reedy meinte, ja. Als ich die Löcher gesehen hat, kam mir doch sie entgegen. So, Drake wurde anscheinend nirgendswo gesehen. Entweder er macht das richtig gut... Oder... Er ist halt... Ich kam... Ich kam links... Also, ich war eigentlich auf der anderen Seite. Ich traue Oli. Nein! Er war der Drake! What the fuck, Andi? Warte, wen jetzt? Oh, jetzt habe ich niemanden getroffen... Oh... Ich check's dich, ey. Krimi, ey. Du sagst die ganze Zeit was gegen Drake und jetzt auf einmal votet er Dossi? Nein, tu ich nicht! Hä? Hey, er sagte die ganze Zeit was gegen Drake und jetzt auf einmal votet er Dossi? Hä? Ich hab's... Ich verstehe es nicht. Hä? Er hat doch die ganze Zeit... Was macht denn Drake so? Hm? So... Diesen Move halt. Lecker! Es waren sogar beide! Tut mir leid, Oli! Ich hatte halt echt nen Knick in der Optik anscheinend. Es... es... nein! Also, Citrus war noch nicht tot, als er direkt hinter dir lief. Aber es waren drei Meter Abstand. Und ich dachte mir... Oh, dem sein Knopf könnte jetzt schmackhaft sein! Und bin dann nach unten wieder weg. Und auf einmal stolpern zehn Leute über ne Leiche. Hm... Sowas aber auch. Also, Koala... Es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Ich bin gleich so leid!